Hallo liebe Stillhalter, im letzten Video haben wir euch die Vorteile erklärt, die der Verkauf von Optionen mit sich bringt. Und heute möchten wir euch die erste Handelsstrategie präsentieren. Zur Erinnerung, wir haben vier Grundtypen von Optionen und als Stillhalter bewegen wir uns auf der unteren Seite, also auf der Verkäuferseite. Das heißt, wir handeln einen Short Call oder einen Short Put oder eine Kombination aus Optionen. Und in diesem Video stellen wir euch nun den Short Put vor. Wie funktioniert der nochmal? Also der Käufer einer Put-Option verkauft uns als Stillhalter, sollte die Option ausgeübt werden, das Underlying, also seine Aktien oder einen Future. Wir als Stillhalter haben dabei kein Wahlrecht, deswegen heißt es Stillhalten. Was ist unsere Markterwartung? Nun, wir möchten ja die maximale Optionsprämie einnehmen. Was muss dafür passieren? Die Kurse müssen entweder steigen, gleich bleiben oder nur leicht fallen. Sollte es jetzt zur Optionsausübung kommen, seht ihr das Beispiel hier unten. Wir haben links den Verkäufer, also uns, den Stillhalter und rechts den Käufer der Option. Und der Käufer der Option hat beispielsweise 100 Aktien und möchte sich gegen fallende Kurse absichern. Sein Szenario tritt nun ein, die Option wird ausgeübt und die 100 Aktien wechseln den Besitzer und wir als Stillhalter müssen sie dem Käufer der Option abkaufen zum vorher definierten Preis, dem Strike. Und unter welchen Bedingungen wir nun welche Prämie erhalten, welchen Verlust wir erleiden können, das schauen wir uns jetzt mal in einem konkreten Beispiel an. Wir haben jetzt hier ein Beispiel, wo der Kurs der Aktie aktuell bei 100 Euro steht und nun ein 90er Put gehandelt wird. Wir als Stillhalter verkaufen diesen 90er out of the money put und er hat beispielsweise eine Restlaufzeit von 100 Tagen. Die Option kostet aktuell 100 Euro. Also das ist die Prämie, die wir vom Käufer der Option erhalten. Was ist jetzt der maximale Gewinn? Das ist relativ einfach zu errechnen. Wenn die Option am Ende der Laufzeit wertlos verfällt und das macht sie nur, wenn der Kurs über dem Strike liegt, also über 90. Egal ob bei 100, 200, 300 oder bei 91. Dann erhalten wir den maximalen Gewinn in Höhe unserer Optionsbremie, also die 100 Euro. Das war der einfache Fall. Wie hoch kann jetzt aber der maximale Verlust sein? Gut, überlegen wir uns das zunächst einmal. Wir könnten die Aktie übernehmen, zwangsweise übernehmen, zu einem vorher definierten Preis von 90. Aber das Unternehmen ist in dieser Zeit auch pleite gegangen. Das heißt, wir haben jetzt eine Aktie im Depot, die wir für 90 Euro das Stück gekauft haben, die wir am Markt aber nicht mehr losbekommen, weil sie einfach 0 Euro wert ist. Das heißt, der maximale Verlust beim Short Put ist, wenn der Kurs bei 0 liegt. Und wie errechnet sich der dann? Gut, wir hätten die Aktien für 90 gekauft. 90 mal 100 Aktien sind minus 9.000 Euro. Wir verrechnen aber noch unsere Optionsbremie, weil die bekommen wir in jedem Fall. Und damit sind der maximale Verlust minus 8.900 Euro. Das klingt jetzt sehr dramatisch und wenn man sich ein CAV, also ein Chancen-Risiko-Verhältnis ausrechnet, dann ist das natürlich katastrophal. Aber das ist im Optionshandel in der Form nicht relevant, weil wir haben natürlich eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir die Optionsprämie bekommen. Und um diesen Verlust hier auf der rechten Seite so klein wie möglich zu halten, da haben wir eine unzählige Anzahl an Werkzeugen, um das zu reduzieren, beziehungsweise dass dieser wirkliche theoretische Worst Case gar nicht eintritt. Als Optionshändler habt ihr vielleicht auch schon mal von dem Profit- und Verlustdiagramm gehört. Das ist ein Tool, das uns natürlich sehr hilft, um unsere Gewinne und aber auch unsere Verluste zu errechnen, beziehungsweise grafisch darzustellen. Und dieses möchte ich mit euch nun einmal konstruieren. Ihr seht nochmal auf der rechten Seite unsere Aktie, 100er Kurs, 90er Put. Und auf der linken Seite konstruieren wir nun unser Gewinn- und Verlustdiagramm. Wir haben hier auf der linken Achse, also auf der Y-Achse, den Gewinn im positiven Bereich und den Verlust im negativen. Und hier auf der horizontalen Achse zeichnen wir den Wert des Underliings an, also den Kurs der Aktie letztendlich. Der ist hier vorne, ist er bei 0 und dann steigt er eben an. Als erstes können wir unseren 90er Strike einzeichnen. Das heißt hier an dieser Stelle ist der Wert des Underliings gleich 90 und wir haben hier den 90er Strike. Und wann bekommen wir als Optionsverkäufer die maximale Prämie? Nun, wenn bei Ende der Laufzeit das Underlying über 90 steht. Das heißt wir können jetzt hier einzeichnen, über 90 ist die Prämie gleich 100, das heißt das ist unser Gewinn. Dann hatten wir gesagt, okay, wenn die Aktie auf 0 fällt, dann wäre unser maximaler Verlust 8.900 Euro, also minus 8.900 Euro. Und diesen Punkt können wir ebenfalls einzeichnen, das heißt Wert des Underliings 0 ergibt gleich Verlust minus 8.900. Und dazwischen zeichnen wir eine lineare Gerade. Das heißt, wenn wir jetzt einen Verlust haben oder einen Kurs des Underliings, der irgendwo bei 40 liegt, dann ist natürlich der maximale Verlust nicht minus 8.900, sondern geringer. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist der Break-Even-Punkt? Und ihr könnt das selber mal überlegen, ich verrate euch aber schon mal die Antwort. Der Break-Even liegt bei einem Kurs von 89. Und wie errechnet sich das? Das können wir auch mal hier zeigen. Beim Break-Even oder wenn der Kurs bei 89 steht, dann hätten wir 89 minus dem 90er Strike ist minus 1. Das heißt wir kaufen die Aktien für 90, am freien Markt würden wir selber für 89 losbekommen. Das heißt wir haben einen Verlust von 100 Euro gemacht. Minus 1 mal 100 Aktien sind minus 100 Euro. Wir bekommen aber ja in jedem Fall unsere Optionsprämie, die 100 Euro. Das heißt minus 100 Euro plus 100 Euro ergibt genau 0 und damit ist das unser Break-Even. Was hat jetzt der Short-Put für Vor- und Nachteile? Der Vorteil ist ganz klar, wir bekommen unsere Optionsprämie mit einer sehr sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Wenn wir dazu noch die Profi-Tools wie die Volatilität nutzen, dann holen wir uns den statistischen Vorteil in jeder Hinsicht auf unsere Seite. Und wir profitieren, wenn die Preise steigen, wenn sie seitwärts laufen und auch wenn sie leicht fallen. Also die Preisbewegung ist auch auf jeden Fall auf unserer Seite. Wo bekommen wir aber Probleme? Ihr habt gesehen, es gibt einen Worst Case und da der Verlust in dem Fall mit minus 8.900 versus die Optionsprämie von 100 Euro sehr sehr groß ist, können wir quasi davon sprechen, wir haben ein unbegrenztes Risiko. Es gibt eine ganze Menge an Tools, wie wir das vermeiden und reduzieren können, aber in der Theorie haben wir erstmal dieses Risiko. Das war nun die erste Handelsstrategie, die wir euch vorstellen. Im nächsten Video stellen wir euch dann die Short-Call-Strategie vor. In diesem Sinne passt auf euer Geld auf, denn Verluste sind keine Option.